servus freunde des gepflegten bikesports wir waren zum saisonende wieder mal in osterneue haben die saison mal richtig schön mit dem team fly high ausklingen lassen leute und ich muss ehrlich sagen für das dass ich zwei monate noch mal gefahren bin leute das war wirklich eins der schönsten tage in diesem jahr hätte ich nicht gedacht wir sind alle noch mal über uns hinausgewachsen ja zu dem video jetzt leute das war das aufwendigste video was ich bis jetzt gemacht habe das hat mir wirklich viele kopfschmerzen bereitet ich habe viele tutorials angeschaut dass ich euch irgendwas neues bieten kann das ist ein bisschen besser ausschaut die schnittarbeit war katastrophal also ich gebe euch auf jeden fall ein tipp schaut euch keine tutorials von eurem videoprogramm an und hockt euch dann hin und schneidet ein ernsthaftes video zusammen weil das war einfach nur chaos leute aber eines der besten videos die ich gemacht habe denke ich mal ich hoffe es taugt euch es lohnt sich auf jeden fall bis zum schluss dran zu bleiben ich wollte nochmal danke sagen an unseren drohnenflieger der thomas thomas war am starten mit der drohne ohne thomas werden solche aufnahmen und dieses video auch gar nicht möglich gewesen und danke dafür dicker leute ich verlinke euch thomas in der infobox er heißt cloud cloud nine cinema vpf oder irgendwie so ich tue euch hier oben mal noch ein paar kleinen clips einblenden von ihm also leute ich wünsche euch viel spaß beim video wir sehen uns beim nächsten mal let's go wir sehen uns beim nächsten mal Bist du bereit für die RQA und zieh jetzt durch, ich sag's dir, let's go, bist du dir sicher, mach 8 Sekunden nur scheiße auf diesem Video Ja, ist ja auch du zu sehen, ist klar, oder? Nur scheiße auf dem Video Ja, ist ja auch du zu sehen, ist klar, klar Er springt den Tape gerade? Ja Komplett? Keine Ahnung Hast du ihn komplett? Ich schaff ihn nicht komplett Ich mach ihn jetzt auch mal first, Freunde Mit dem Fahrrad, glaub ich, sowieso nicht Ach so, der hat einen anderen Sachen Wir haben jetzt mal kurz tauscht, ne? Ja, deswegen fahr ich ja auch hinten Ständen? Ja Ständen Okay Wir sind einfach reisig Schnau Wir sind alle mit dem Flugzeug Wauw 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 Nein Wauw 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 Kurz vorher dachte ich, oh Gott, da muss man ja jetzt reden. Ich hab gleich getreten, aber genau eine Fahrt. Alter, ich bin jetzt rumgebeutelt. Ich fahr los, falscher Gang. Ich bin vor dem Table, falscher Gang. Zinges Video, du kommst nicht in die Fasche. Boah, aber ist geil. 8 Sekunden, nur Scheiße. Uff! Uff! die abfahrt war jetzt richtig spektakulär für mich what the fuck gib mir lieber mein fahrrad wieder alter alter jetzt ein paar mal gedacht mich wirft es einfach ab man war nicht drüber oder was boah ready ich schaff das nicht ich schwör ich schaff das nicht ich schaff das nicht ich schaff das nicht runter ich schaff das nicht hoch yo 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 let's go dino am start yo let's go ja du w w w w w w w w w Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ich konnte nur Scheiße auf diesem Video.